Also, indem ich jetzt den Wolfgang filme, wie er so schön embryonalisch bei Bernd sich befindet, erzähle ich dir meine, wie sagt man da, mein Kameradesaster. Also, ich habe hier ein Nokia von ganz früher und das ist, im Prinzip ist das auch sowas wie ein Navi, ich habe eine Fahrzeugehaltung und das denkt gut, das ist fantastisch. Diese Karten, da hast du sie laut diesem Handytest, den ich jetzt gerade vermehrt lese, weil ich mein iPhone einfach, ich will es einfach weghaben, das gleiche, was du hast. Das ist so ein Scheiß, oder? Diese Cloud hat mir meine kompletten Korrelatoren-Festbilder geklaut, die Cloud. Ja, das Handy war verschwunden und dann hat es halt mein Geschäftshandy und dann hat halt mein Prokurist gemeint, oh je, jetzt müssen wir auf Sicherheit gehen. Dann hat er aufs Knöpfle drückt und dann war alles weg, alles, alles weg. Einen Tag später habe ich es gefunden, das Scheiß-Handy und deswegen ist das Handy jetzt nicht mehr mein Handy, das ist jetzt mein Hass-Objekt. Das ist mein Hass-Objekt. Das ist das iPhone, das wird jetzt nur noch genötigt benutzt. Nur noch genötigt benutzt. Nur noch genötigt benutzt. Wenn ich verstehe, der könnte mich verstehen, also mit diesem österreichisch angehauchten, diktatorischen Dialekt könnte er mich verstehen. Ja, aber das ist... Hast du eigentlich Hitler leased von Polt? Nein. Gibt es auch auf YouTube. Leasing, leasing. Hitler leasing. Das ist zu knall. Ich kann es dir gern zeigen, das ist so hart. Das ist der Klavier ist und der Polt synchronisiert das. Mit der Frau, mit der Firma Wiesmeier. Hopp ist dann ja denn. Ach, geh doch ins Business. Du lachst nicht. Nein. Das ist so hart. Ich habe nur noch eine Sekunde.